Die Natur geht uns mit bestem Beispiel voran. Alles erblüht einzigartig in wunderschönen Farben, voller Energie und neuer Lebenskraft. Wünschst du das auch für dich persönlich? Neue Energie, neue Lebenskraft? Dass du wieder in deinen Farben voll strahlen kannst? Als kompetente, diplomierte Aromafachfrau habe ich mit einem ganz grossen Wissen und eigenem Erfahrungsschatz ein ganz tolles Starter-Set für dich zusammengestellt. Ich nenne es New Lifestyle Starter-Kit. Ich habe für dich sieben wertvolle Produkte zusammengestellt, die dich unterstützen, wieder in deine volle Vitalität zu kommen. Du beginnst am Morgen mit Balance. Balance ist eine firmeneigene Mischung von Totera, die dich unterstützt, einfach wieder gelassen zu werden, um den Tag geerdet und bei dir selbst zu starten. Es unterstützt deine hormonelle Balance und einfach auch dein vegetatives Nervensystem wird ganz toll gestärkt. Du kannst jeweils einen Tropfen morgens direkt nach dem Aufstehen auf deine Fusssohlen einreiben und dann spürst du nach wenigen Minuten diesen erdenden, wohltuenden Effekt. Dann gehst du in die Küche und nimmst dieses Zitronenöl, das ist ätherisches Zitronenöl, kalt gepresst aus der Zitronenschale, voller Antioxidantien mit dem CPDG-Siegel, das dir verspricht, das vom ersten bis zum letzten Tropfen absolute Reinheit garantiert. Ohne Füllstoffe, ohne Pestizide, ohne Chemikalien, einfach nur gesund für deinen Körper. Es unterstützt die Entgiftung und die Ausscheidung der Giftstoffe. Und wenn wir schon beim Entgiften sind, das ist ganz wichtig, bevor du Vitalstoffe überhaupt richtig aufnehmen kannst, dass du den ganzen Müll rausbringst. Wenn du dir vorstellst, du hast einen vollen Kühlschrank und da kommt immer wieder nur neue Nahrung von vorne rein, dann wird das hinten mit der Zeit verschimmeln, es beginnt komisch zu riechen, der Kühlschrank ist irgendwann mal voll und er kann gar keine gesunden Nahrungsmittel mehr aufnehmen. Reinige den Kühlschrank und fülle ihn wieder mit guter, gesunder Nahrung auf. So kannst du dir das auch mit deinem Körper vorstellen. Also reinige ihn zuerst, mach ihn bereit für den Frühling, bereit für deine neue Kraft und Vitalität und du wirst die Energie spüren. Dieser Zendocrine Komplex ist wundervoll dafür geeignet, um dich dabei zu unterstützen. Du nimmst morgens und abends jeweils zur Mahlzeit eine Kapsel ein und das für 10 Tage. Gleichzeitig darfst du auch die im Set enthaltenen Softgels einnehmen. Das sind die Serenity Softgels, die einfach eine innere Ruhe fördern. Also wenn du abends nicht gut ausschalten, abschalten kannst, wenn die Gedanken kreisen, wenn du dich unwohl fühlst, eine innere Unruhe da ist, das ist ganz wichtig, dass du zur Ruhe kommen kannst und dass du einen tiefen, guten Schlaf hast. Das ist essentiell für deine ganze Gesundheit, für dein ganzes Wohlbefinden. Deswegen habe ich die mit reingepackt. Und dann kommen wir schon zum Game Changer Lifelong Vitality. Das sind drei Nahrungsergänzungsmittel, die sich ergänzen, in Kombination einfach eine Powerkraft haben. Wir haben hier nicht nur Mikronährstoffe, alle Vitalstoffe, Mineralstoffe, Omega 3. Wir haben auch Zellnahrung mit dem Alpha-Cyrus. Also, die nimmst du am Morgen und am Abend oder Morgen und Mittag, so wie du das möchtest. Einfach zweimal täglich die Maximaldosis je zwei Kapseln. Das würde bedeuten, zu einer Mahlzeit sechs Kapseln, weil du jeweils zwei nimmst. Und das zweimal am Tag. Wenn du möchtest, kannst du da auch sanfter einsteigen und du nimmst einmal täglich eine Kapseln. Die Woche danach zweimal täglich eine Kapseln. Immer so steigen, bis du die empfohlenen Tagesdosis erreicht hast. Und dann bin ich ganz gespannt, was du nach einem Monat Einnahme berichten wirst. Ich bin überzeugt, du wirst dich vitaler fühlen. Du wirst es spüren, wie die Lebenskraft zurückkommt. Und ich freue mich auf dein Feedback. Und ich freue mich auf dein Feedback.